Tipp-Duell und eine heiße Endtabelle. Heute starten wir in den ersten Spieltag. Leute, ich habe so Bock, ne? Also vielleicht der geilste Tag des Jahres. Wir gucken uns jetzt einmal, ich habe mir die auch alle noch gar nicht angeguckt, wir gucken uns jetzt zusammen einmal an die Tipps und zwar meine Tipps, die kenne ich natürlich, aber auch die KI aka NASA PC, die hat auch getippt und unsere Redaktion, also hier gibt es ein kleines Battle, da gucken wir uns jetzt gleich einmal die ganzen Paarungen, gehen wir einmal durch und dann natürlich ich, meine Endprognosentabelle geht ins Duell gegen die Schwarmintelligenz aus unserer Liga Insider Academy. Richtig, richtig geil. Wenn ihr da noch mit reinkommen wollt, da gibt es auf jeden Fall die Shownotes, habe ich euch da mal den Link reingepackt und ja, da haben wir unsere Experten, unsere Insider, da gibt es immer richtig coolen Stuff und da könnt ihr auch noch einiges lernen, habt ihr ja vielleicht auch schon gehört im Game Changer Podcast, an den möchte ich auch noch gerne verweisen, wenn ihr die Duelle, die Tipp-Duelle hier nochmal ein bisschen ausführlicher haben wollt, hört da gerne rein, auch den Link packe ich euch in die Shownotes und damit gehen wir mal rein und ich gucke jetzt hier nach rechts, weil ich natürlich hier klicken muss und schau mal, wer was so tippt. So, wir starten natürlich mit Spiel 1, das ist Gladbach gegen Meister Kusen, da gehen wir mal rein, ich tippe, 1-2 natürlich, gehe hier mit Leverkusen, Insider KI, auch die confirmt mich und Redaktion sagt sogar Leverkusen zu 0, das ist spannend. Leipzig gegen Bochum, sage ich vorweg, alle gehen auf Leipzig, 3-0, KI 3-1 und Redaktion 4-0 sogar, stark, finde ich spannend, aber eigentlich auch nicht spannend. Dann haben wir Hoffenheim gegen Holstein Kiel, da habe ich eine kleine Überraschung, ich glaube wirklich, dass Hoffenheim so einen Rumpelstart macht, ich sage 1-1, KI sagt 2-1 und Redaktion, das sind die beiden klassischen Tipps hier, werden wahrscheinlich 90% so tippen. Dann haben wir Freiburg gegen Stuggi, ich gehe mit dem 1-1, Stuttgart jetzt auch mit dem Ausfall sogar von Roho, wenn ich den noch einkalkulieren bin, kippt das sogar bei mir einen Tick Richtung Freiburg, okay, ich bleibe mal beim 1-1, KI 1-1, Redaktion geht auf Stuggi, 1-2, okay, spannend. Dann haben wir Augsburg gegen Bremen, das wird, ich glaube, hier werden wir jetzt auseinander liegen, ich sage 2-1 Augsburg, oh, KI auch, 2-1 und Redaktion, sind viele Werder-Fans in der Redaktion, ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Wir sind bei Mainz gegen Union, das ist für mich, das ist so ein Unentschieden, so klar steht da schon als Überschrift über dem Spiel drauf, 1-1, KI sagt 1-1, Redaktion 3-1, Halleluja, okay, da sind, da hat XC12 wahrscheinlich nochmal irgendwas reingeschrien, als da irgendwie Unentschieden gesagt wurde. BVB gegen Frankfurt, ja, gelbe Wand brennt, 3-1, sage ich, KI 2-1, Redaktion 2-0, sind wir uns einig, BVB-Sieg und Wolfsburg gegen Bayern, ich sage 0-1, da werden wenig Tore fallen, KI 1-2 und Redaktion 0-3, tatsächlich, Harry Kane auf jeden Fall am Start und Pauli, ich sage, die Punkte bleiben auf dem Kiez hier bei uns, Milan Tor, 2-1, KI 1-1 und Redaktion auch 1-1, da liege ich richtig, da würde ich mich drauf wetten, setzen hier, um eine Tomate. So, und dann ganz spannend, die, ja, jetzt geht's los hier, Academy-Prognose, ja, die haben alle getippt und jetzt seht ihr auch gleich, das wurde mir schon gesagt, da seht ihr eine Zahl, die, das ist die durchschnittliche Tabellenzahl, deswegen steht da jetzt gleich nicht eine 18, sondern eine 18, oder 17, irgendwas, wir gucken mal rein, also Holstein Kiel 17,21, also sehen viele unten auf jeden Fall von unseren, also Academy vielleicht nochmal kurz, das ist unsere, unsere Discord-Channel, da sind unsere Insider-Experten drin, wie gesagt, Link dazu in den Shownotes, und, ja, auf jeden Fall richtig, richtig geil da, richtig cooler Vibe auch. Ja, könnt ihr gerne joinen, da sind alle Experten, lerne ich auch immer was dazu. 16, äh, 17er Platz ist Bochum, 16,15, okay, dann doch relativ klar auch, also wirklich immer ein Tabellenpunkt, Pauli, die Relegation auf Platz 16, haben wir 15 Eidenheim, ja, vielleicht auch gepusht durch den Kärnten-Sieg, aber, okay, die haben schon mal nichts zu tun, dann mit dem, mit dem Abstieg, laut unserer Academy, dann 12,77, okay, also hier wirklich, ähm, ein richtiger Gap, Union dann auf der 13, auf der 12 Augsburg, auch relativ eng hier, also Augsburg und Union sehen die Pros alle eng, dann haben wir Werder Bremen, auf der 12, habe ich höher gesehen, sehe ich höher, Hoffenheim, ja, auch 10,52, auch ein guter Wert, 9,46 für die Wolfsburger, okay, sehe ich auch beide nicht so stark, die Mannschaften, oh, spannend, okay, hier auf der 9, das ist Mönchengladbach, ganz eng hier mit Wolfsburg, ähm, auch ein gutes Battle, so, jetzt gehen wir nach Europa, Europa oder gar nichts, Platz 8 mit Mainz, Obo Henriksen, da wird er jubeln, die Luft springen, dann haben wir die 7 mit Freiburg, ja, viele sehen Freiburg oben, ich finde, das ist auch, die haben einen richtig guten Mix, cooler Talentschuppen, hatten wir in den Teamchecks, da gerne mal reinchecken, und jetzt die Top 6, und da mache ich hier nochmal einen Swoosh von meiner Hansdampf-League, die grüße ich ganz lieb, äh, meine Kick-Base-Homie-Liga in den hohen Norden, meine Broodies, und da haue ich euch hier mal den Swoosh rein, und zwar diesen hier, Treppchen oder geht's ab ins Bettchen, gucken wir uns mal an, so, Eintracht Frankfurt, da geht's ins Bettchen, 5,77, Stugi auf 5, hab ich ja auch so, und die Frankfurt hab ich auch so, also hier, okay, Schlafcouch, dann hab ich auf 4, Leipzig hab ich auch, okay, jetzt die Top 3, okay, Treppchen haben wir, ich bin gespannt, so, was haben wir da, auf die 3 mit Dortmund, okay, ich hab sie auf 2, so, und jetzt wer wird's? Bayern wird's nicht, sagen unsere Pros, 1,75 und 1,6, also auch da sehr, sehr knapp, Leverkusen, äh, sagen wirklich unsere Experten, unsere Insider, sehen Leverkusen auf der 1. So, ihr Lieben, und das war's dann erstmal von meiner Seite, wir gucken uns jetzt mal alle ganz entspannt den ersten Spieltag an, ich hab mega Bock, und ich pack euch nochmal in die Shownotes, Gamechanger am Donnerstag, die Jungs haben gestern aufgenommen, Mainhouse, Svenno und Fadi und Chefredakteur Bennett war zu Gast, holt euch dann nochmal die letzten Tipps ab für eure Line-Up, und ich pack euch nochmal in die Shownotes unseren Link zu unserer Dauerkarte, da habt ihr auch nochmal dann Zugang zum Discord-Channel, könnt ihr euch austauschen mit den Insidern und mit unseren Experten, richtig, richtig geil, und auch noch ganz viele andere Features sind dabei, wie ein Spieltags-Ranking, wie ein Saison-Ranking, wie, ähm, der Tor-Boost ist dabei, Matchday-Briefing, also richtig, richtig coole Features, ich bin da auch Fan seit der ersten Stunde, hab das auch am Start, und, ähm, ja, wenn ihr da joinen wollt, immer gerne, immer sehr gern gesehen, und, äh, ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, ich bin mega heiß jetzt auf den ersten Spieltag 2030, lieg ich da auf jeden Fall auf der Couch, morgen dann, äh, Top-Spiel in der Konferenz mit Mainz gegen Union, und dann runden wir das ab mit drei Punkten auf dem Kiez, wünsche euch einen richtig, richtig starken Spieltag, schaut nochmal, dass ihr alles richtig aufgestellt habt, und dann, sag ich einfach nur, enjoy, richtig geil Bundesliga, we are back! Cheat! Musik Musik Musik